Dieser Renault Katja mit Tageszulassung steht hier zum Verkauf. Der schwarze SUV ist fünftürig und bietet Platz für 5 Personen. Der SUV besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, Panoramadach, Xenonscheinwerfer, elektrische Sitze und noch vieles mehr. Das 6-Gang-Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 131 PS. Auf 100 Kilometern liegt der angegebene Verbrauch des sparsamen Diesel bei 4,9 Litern. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen.